Und damit hallo und herzlich willkommen zum Videofreitag. In der letzten Woche haben wir euch bereits die neue A-Klasse vorgestellt. Wir sitzen jetzt heute auch wieder in der neuen A-Klasse und ich habe mir gedacht, ich stelle euch mal das neue N-Bucks vor, aka die Mercedes-Benz User Experience. Das ist das komplett neue Infotainment-System in der neuen A-Klasse. Und ja, was es so alles beinhaltet, seht ihr nach dem Intro. Bis gleich. Ja, dann starten wir also jetzt. Wir beginnen heute mit dem Kombi-Instrument bzw. dem Tacho, mittlerweile voll digital. Wir werfen mal einen Blick hier rüber. Wir haben verschiedene Tacho-Designs. Wir haben ein neues Lenkrad aus der S-Klasse bzw. aus der neuen E-Klasse. Wir haben jetzt auch hier den Vorteil, dass wir das Tachometer hier über das Touchpad bedienen können. Weil wir jetzt einen voll digitalen Tacho haben, haben wir die Möglichkeit, sowohl den mittleren Inhalt zu definieren, als auch, ich kann jetzt mal nach links rüberziehen und kann mir jetzt hier auch den linken Inhalt der linken Tube aussuchen und kann mir dort verschiedene Settings wählen, ebenso für die rechte Tube. Noch einen weiter. Alles komplett individualisierbar. Ich kann mir da alles reinziehen, was ich möchte. Dann haben wir noch als interessanten Wert für die Mittelkonsole verschiedene Vollbildbereiche. Das kann ich euch einmal zeigen. Und zwar haben wir unter anderem eine sehr schicke Funktion im Bereich Navigation. Wir können nämlich hier in den Vollbildmodus wechseln. Zack, so sieht das Ganze jetzt aus. Gibt es ja auch schon bei einigen anderen Automarken. Ich habe es mir aber im Vergleich angeschaut. Die A-Klasse hat das hochauflösendste Display und sieht hier einfach am schicksten, am schärfsten aus. Wir haben alle Möglichkeiten der Navigation hier einstellbar. Außerdem gibt es für den Tacho jetzt auch verschiedene Anzeigestile. Die zeige ich euch jetzt hier vorne auch einmal. Also wir können über die Home-Taste hier vorne auf dem Lenkrad einmal das Bild hier aufrufen. Jetzt können wir hier in die verschiedenen Systeme einsteigen. Und hier gibt es jetzt auch den Punkt Stile und Anzeige. Kann ich einmal anwählen. Hier kann ich jetzt den klassischen Tacho wählen. Den sportlichen. Jetzt ist natürlich schlecht zu sehen, aber hier kommen wir auch schon zum nächsten Trick. Wenn man sich jetzt hier im Tachodesign etwas vertan hat und gar nicht weiß, wie komme ich denn jetzt überhaupt zurück? Und wie mache ich das alles? Hier vorne am Lenkrad die Rückstelltaste einfach gedrückt halten. Zack und schon haben wir wieder das klassische Bild. Wir sind zwar jetzt im sportlichen Stil geblieben, aber wir haben die Standardeinheiten wieder zurück. Also rechts den Drehzahlmesser und links die Geschwindigkeitsanzeige. Gut, das war das sportliche Design. Dann haben wir das dezente Design. Das ist ein sehr, sehr stark reduziertes Design. Hier gibt es rechts jetzt eine Uhr und links nur noch die Geschwindigkeitsanzeige. Sonst nichts. Also wirklich nichts, was den Fahrer ablenkt. Wir können jetzt auch einmal rüberschwenken auf den Entertainment Monitor. Hier wird nämlich auch nichts angezeigt. Es ist komplett blanko. Es ist wirklich reduziert. Es ist nur das Nötigste, was man braucht. Und dann natürlich wieder, womit wir gerade eben auch begonnen haben, zum Thema Anzeige und Stile. Den klassischen Stil. Das klassische Design. In blau mit diesen Doppeltuben kennen wir ja so auch aus den anderen Modellen. Gut. So viel jetzt also zum Thema Kombi-Instrument. Wir wechseln jetzt einmal auf das Entertainment System M-Bucks. Und hier gibt es jetzt einige neue Möglichkeiten der Eingabe für die Befehle. Möglichkeit 1. Wir haben hier vorne über das Lenkrad, das rechte Touchpad ist jetzt komplett für das Entertainment System. Das heißt, ich kann beide Hände am Lenkrad lassen und kann jetzt hier über den rechten Touchpad die komplette Funktionalität des Radios steuern. Also ich kann sowohl jetzt in verschiedene Systeme, ich kann auch einsteigen in diese Systeme, kann mir verschiedene Sachen hier anzeigen lassen und, und, und. Und das alles mit zwei Händen am Lenkrad. Und die nächste neue Bedienung der Systeme wäre die Touch-Funktion. Ist ja auch damals bei der Einführung der 176er A-Klasse ja auch schon, viele Leute haben es gedacht, es kam ja groß auf, diese iPad-Optik, sage ich jetzt mal hier oben. Viele haben gedacht, das ist Touch. War es damals noch nicht. Jetzt mittlerweile ist es das. Und das Ganze auch sehr performant. Das heißt, man kann es hier gut sehen. Ich kann jetzt mit dem Finger durchwischen, kann durch die verschiedenen Menüs flitzen und das Ganze läuft sehr, sehr flüssig und sehr, sehr schön. Die dritte Möglichkeit, das Ganze einzugeben, finden wir hier unten. Und zwar ist das das komplett neu entwickelte Touchpad. Das Touchpad hat jetzt erstmal eine matte Oberfläche, was dafür sorgt, dass wir dort nicht mehr so schnell Fingerabdrücke oder Ähnliches sehen. In den anderen Modellen haben wir ja auch schon ein Touchpad gehabt, aber da war das Problem durch die Hochglanzoberfläche und durch das nicht-haptische, das nicht-vorhandensein eines haptischen Feedbacks, ist das Ganze eher weniger benutzt worden, weil die Leute es halt einfach lieber über den Drehregler gemacht haben, weil die wussten, pro Klick geht es eine Bewegung weiter, beziehungsweise eine Option weiter. Und es ist halt einfach während der Fahrt deutlich angenehmer zu bedienen, weil man einfach genau weiß, wo man steckt. Jetzt haben wir das neue Touchpad hier unten. Und das Touchpad liefert jetzt ein haptisches Feedback. Das heißt, wenn ich jetzt durchs Menü gehe, hört man es einmal. Aber ich habe zusätzlich pro Klick ein haptisches Feedback. Das heißt, das Touchpad vibriert. Ich kann also auch, wenn ich jetzt nicht genau hingucke, anhand der Klickgeräusche und des haptischen Feedbacks genau ausmachen, wie viele Punkte ich jetzt nach rechts oder links gesprungen bin, beziehungsweise nach oben oder unten. Das ist die nächste neue Eingabemethode. Und jetzt ganz, ganz neu in der neuen A-Klasse ist das Hey Mercedes. Ja, bitte? Mir ist kalt. Hey Mercedes ist jetzt auch quasi neu dazugekommen. Findet jetzt hier in der A-Klasse auch seine Premiere. Ist sozusagen der Sprachassistent für das Fahrzeug. Ja, ist wie Siri bei Apple, wie Alexa bei Amazon oder Cortana bei Microsoft. Microsoft ist halt ein Sprachassistent, der über einen Cloud-Service verbunden wird und darüber auch ständig weiterentwickelt wird. Darüber habe ich immer die Möglichkeit oder hat der Hersteller immer die Möglichkeit, Updates einzuspielen und den Funktionsumfang dieses Assistenten zu erweitern. Gut, das erstmal zu den Eingabemöglichkeiten. Jetzt schauen wir uns mal die Menüführung an, denn die ist auch ganz, ganz neu. Wir starten hier vorne. Das Ganze ist ein personalisiertes System. Das heißt, es gibt grundlegend erstmal unterschiedliche Profile, die man sich anlegen kann. Wir sind jetzt hier oben gerade in meinem Profil, Profil Andreas. Das kann ich euch einmal zeigen. Hier gibt es verschiedene Sachen, die man sich anlegen kann. Man kann auch ein Gastprofil benutzen. Vorteil, über dieses Profil wird alles gesteuert. Das heißt, ich habe eine Sitzposition, die ich mir, wenn ich Memoriesitze habe, einspeichern kann, die über das Profil gesteuert wird. Das heißt, ich wechsle das Profil, es wird meine Sitzposition angefahren, es wird mein ausgewähltes Tachodesign angefahren, es wird meine Themenwelt angefahren. Was eine Themenwelt ist, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Mein konfiguriertes Ambiente-Licht, meine Spiegeleinstellung, Lenkradeinstellung und, und, und wird alles über diese Profile gespeichert und ist dann quasi pro Benutzer anpassbar. Aber zusätzlich zu diesen Profilen kommt hinzu, dass wir die Möglichkeit haben, das System uns Vorschläge machen zu lassen. Vorschläge haben wir jetzt hier unten. Ich gehe mal jetzt einen nach unten. Er zeigt mir jetzt Radiosender an. Das sind also scheinbar die Radiosender, die ich sehr viel höre hier im Fahrzeug. Würde ich jetzt jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit eine Navigation starten, ich sage mal jetzt zur Arbeit hin oder von der Arbeit zurück nach Hause oder ähnliches, würde er mir hier auch bekannte oder beliebte Navigationsziele von mir vorschlagen, sowie Telefonate oder ähnlichem. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag um 16 Uhr einen Kollegen anrufe oder ähnliches, merkt sich das Fahrzeug das mit der Zeit und macht mir den Vorschlag, hey, es ist gleich 16 Uhr, ruf doch mal deinen Kollegen an. Ja, das zum Thema Vorschläge. Gehen wir jetzt nochmal ein Stück tiefer. Haben wir hier unten die sogenannten Themenwelten. Die Themenwelten habe ich ja gerade eben schon mal leicht angesprochen. Die Themenwelten sind sozusagen der Einstieg in das Design. Ich habe über die Themenwelten die Möglichkeit, das komplette Fahrzeug vom Erscheinungsbild zu verändern. Bei den Themenwelten gibt es eine grundlegende Auswahl. Wir haben Reise, Erlebnis, Effizienz, Lounge und Standard. Wir können uns aber auch Themenwelten anlegen und so alles personalisieren. Denn bei der Themenwelt ist die Farbe des Ambiente-Lichts, das Tacho-Design und das Design des Startbildschirms bzw. des Multimedia-Displays gespeichert. Ich kann euch mal ein bisschen was durchspielen. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Punkt Reise. Reise haben wir jetzt gerade aktiviert. Wir haben jetzt quasi hier ein blaues Design. Wir haben ein blaues Ambiente-Licht unten. Und wenn wir jetzt mal in den Tacho schauen, haben wir hier diese Ausnutzung des vollen Tachos dafür. Gut, wechsle ich jetzt mal auf Erlebnis. Erlebnis ist so mehr für das sportliche, ambitionierte Fahren. Zack. Man kann es jetzt hier schon sehen. Wir haben jetzt hier im Entertainment-System eine Angabe über Batteriespannung, Ladedruck, Motordrehmoment und Motorleistung. Ist also mehr für den sportlich versierten Fahrer ein interessantes Feedback, eine interessante Spielerei. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf den Tacho werfen, können wir auch hier sehen, dass das Fahrzeug jetzt gerade komplett auf das sportliche Design gewechselt hat. Und so ist es quasi mit der Themenwelt für sich. Jede Themenwelt hat ein anderes Bild, ein anderes Erscheinungsmerkmal. Wechselt sich so durch. Man kann sich das alles personalisieren, wie man es haben möchte. Ist eine sehr, sehr schöne, interessante Sache. Gut. Das jetzt erstmal so als Einstieg ins Thema M-Bucks, beziehungsweise in die Mercedes-Benz User Experience. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen schlauer machen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da sind wir auf jeden Fall bemüht, darauf mal zu antworten. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen angenehmen Vatertag, habt viel Spaß gehabt, habt das Wetter, auch wenn es nicht überall ganz so gut war, schön genossen. Wir sehen uns beim nächsten Video Freitag. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Bis dahin, auf Wiedersehen. 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 Bis dahin, auf Wiedersehen.